hallo und herzlich willkommen zurück zu entschroudet ihr kann das ding alter aufwerten kann ich machen werde ich auch tun was brauche ich sehen mir erst mal sehen zwölf habe ich auch man ja dann mach mal flammestärken baue hier diesen brutierlich kopf bernstein habe ich kupfer erz habe ich keins mehr indigo pflanzen hätte ich funken hätte ich genug mit zähl und schleim schleim habe ich keinen plan wo ich den her bekommen aber hier schon was fertig noch eine minute 30 dann kann ich die ersten ich habe hier mal am boden gesetzt weil ich will die kamille hier anbauen die ich gefunden habe die muss schnell fertig werden okay was habe ich hier drin nix einfach mal so gar nix ich habe mir noch mehr dietrich hier gemacht ich habe mir bandagen gemacht ich habe mir heiltränke gemacht die habe ich gefunden außer sehen also ich habe da so einen typen erschlagen ob die dann hochgepimpt gift schaden ja mal ausprobieren aber der macht hat nur schnitt schaden okay wasser gehen ins wasser holen wasser ist wichtig wenn da nur einmal am tag wasser holen irgendwie seltsam okay gut wieder heim fertig zwei zwei eins ich kriege immer fünf aus dauert allerdings sieben minuten 30 für fünf setzlinge man 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 die packe ich mal hierhin sich genug habe war der x so hätten war dann draußen wieder dahin dann wollte er von uns sägeblätter haben okay wir gucken sägeblätter tagebuch sägeblätter für den schreiner oder feuerstelle für die bäuerin das ist natürlich jetzt die frage gibt besseres essen ne in leuchtenstein leuchtenstein das ist hier ne ich glaube nicht dass wir das machen wir machen das mal das ist dann hier da kann man ja hin und wo aus fliegen wird denn habe ich hier ein alter in der nähe dann müsste ich von da dahin fliegen könnte gehen machen wir mal hoffe ich habe jetzt alles mit was ich so brauche ok da ist er wir essen das ding dann möchte ich noch ein bisschen zucker ein bisschen wasser ok 871 meter ausdauerringe haben wir jetzt zwei und ein bisschen wo genau ist das denn jetzt so die richtung es müsste in die richtung sein und versuchen high ground zu bekommen wir können ja jetzt ein höher hüpfen aber ich glaube wir müssen da dran vorbei und zwar da hinten hoch irgendwie 400 meter wie kommen wir denn hier hoch warte ich versuch's mal hier dass wir hier so dran vorbei gehen ich höre doch schon wieder die trommeln und dann sollte man noch ein bisschen kupfer naja komm machen wir später hier oben irgendwo habe ich auch die kamille gefunden was ist das lass mich aber auch immer so schnell ablenken gell ja genau weg mit euch und ich immer gut so aha was hier drin was ist das da hinten das ist kein oha bin mir nicht sicher machst du jetzt unter mir wow wie kommt denn der hier hoch au au da macht der schaden au renn lass mich ich muss da 44 m in die richtung ne also das schwert das ich glaube das war nix wir nehmen nochmal unser das schwert das macht 31 das macht 32 das macht halt nur 22 schaden aber hier 28 schaden 32 schaden ja aber wahrscheinlich war er gegen schnitt gefeilt okay okay dornenfester okay dornenfester erreicht aber wo ist das jetzt wo muss ich denn hin neue quest die tisch kreissäge das schrein das jetzt lass mich mal so wo müssen wir hin 89 m in die richtung ja guck ich mir das das hier an ist hier denn was zu finden nicht zu fassen die mit ihren läppchen ja wolfie wolfie da hinten gibt es eine kiste ein zaubererhut ja den habe ich ja jetzt richtig gebraucht hm gehe ich da hinten noch ins Haus da gibt es so viele Sachen die man sich angucken kann wie komme ich denn da ins Haus wieso was das ich will ja nur hier rennen lasst mich bis gleich so ich habe meine Sachen wieder und jetzt geht es ja in die Richtung aber der ausgeruht buff ist weg das ist natürlich jetzt echt bitter 24 meter wo muss ich denn hin 65 der mit der mit der mit 90 meter jetzt 90 99 50 meter so siehst du aus und man sich 21 hier soll ich hin position erreicht um ok ok ich muss hier hinein die dornenfeste aber wohin ist das dornenfeste neuer ort markiert 174 meter wirst aktualisiert jetzt muss ich darin gibt es hier vielleicht die grenzwache reklang ja effektiv bümpchen da hinten leuchtet es doch ne da muss ich dann wohl auch hin kann ich hier noch ein bisschen höher springen dass ich da rein kleidet mir das schnell schnappe und abhauen achtung nimmst mit jetzt nimmst doch und abhauen eine falle nicht gut was das denn nein 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 nicht gut und ab runter springen können die dann aber hoch springen können sie nicht hoffe ich stadtmauer block okay hatte ich den schon nee dann gucken wir noch jürgen aber hier ist nichts mehr oder hier ist noch eine goldene kiste 21 kraft die was hat unser bogen was sind auch nehmen was hat denn unser bogen er hat 21 kraft ist aber voll ausgebaut der hier hat 21 kraft und kann noch ausgebaut werden aha grittschungs feuer magie schaden zwei mal feuer magie schaden er hier magie feuer magie brutal 28 prozent grittschutz 5 prozent nee 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 lass mal weg gehen nach hause da sind wir doch schon das ist prima umtopfen ist also noch nicht fertig erst mal hier alles einsortieren ich habe mir noch eine dritte kiste gebaut wie man sieht die läppchen ist debatt lösche ich jetzt den wollte ich zerlegen nein nicht f ok ja wachs schrift er das macht schon mehr sind den komischen hut was hier so drin hier war essen drin ist auch voll na gut hat einen dahin einen dahin das sollte klappen ja warte mal ich habe doch gar keine schweine oh warte was hat er denn so 26 schaden aber kann nicht aufgerüstet werden 26 schaden nur stich zerlegen warte ich mache noch schnell die sachen die hier ein passend da rein so dann da noch ein man hier drin okidoki haben wir noch sonst irgendwie was ja die vier bomben die vier bomben kommen in die rüstungskiste die dann hier ist rüstungskiste ok ja 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 bomben haben wir ein paar dritten stab 29 34 kraft selten legendär der hut der kommt noch mit hier so ich habe ich habe deine säge gefunden wie ist es da sind kreissäge mitgebracht plünder haben der viel ärger gemacht ja ja haben sie die dornen feste hat es also nicht geschafft schade nun lasst uns mal eine tisch säge bauen wir brauchen nägel hätte das gedacht zehn nägel mach mal nägel und die tischkreissäge erst reparieren so tischkreissäge wo kriegst du die denn hin hast die hier da ist die kurbel ja komm die passt doch hier hin perfekt quest abgeschlossen tischkreissäge beim schreiner da habe ich schon da habe ich zeit für die ernte wo ist das denn hier oben so konnte man ja auch machen so was hast du neues stauraum mittelgroße magische truhe kann ich nicht machen so warte ich brauche holz 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 hier vielleicht wie da ja hier soll es drin ich nehme mal gleich 250 holz raus dass hier in die in die säge so mach mal blanken eine minute pro holz brett okay dauert ein bisschen fertig umtopfen nicht fertig aber hier sind noch um sagen 1 2 3 4 5 so und jetzt noch zehn hier hinten hin passen die ja ja die sache ist hier mit dem farmboden ich habe nur einen farmboden gesetzt und noch mit der hake bin ich so rüber und habe den verteilt hier überall das sollte eigentlich schnell gehen brett fertig zwei bretter sind fertig sowas gibt es neues kunstvolles holzbett das wäre doch mal eine aktion kann ich das kaputt schlagen veredelter holzblock veredelter holzblock auch nicht übel müsste man sich mal angucken oder brauche ich wahrscheinlich ein paar mehr so was hat da tische polierter bankett tisch auch sechs holzbretter harz nägel und hartholz wo sie denn hartholz erholen wetten das bessere bett holzbretter ich habe genau drei hartholz ja machen wir noch nägel holzbretter werden gleich gemacht dann gibt es ein neues bett nägel wenn ich das kaputt schlagen damit vielleicht habe ich jetzt kaputt geschlagen was ist das auf 14 okay da kommt ein neues bett hin das braucht nicht sechs holzbretter hallo hier haben noch sieben sekunden da baue ich mir ein neues bett die lösche ich sind nervig so die bitten hier einmal bitte bauen sehr sehr gut das ist schon da unten super ok kommt hier so an die feuerstelle ran zu dicht verbrenne ich mir den kopf komfort level 27 hartholz wo gab es denn hartholz wie komme ich jetzt auf hartholz ne weil ich hier hartholz gebraucht zwei platte über ich war da rennen so also sonst noch was neues was ich bauen kann tische ne ich habe keine gebrannten ziegel mehr warte mal doch gebrannte ziegeln habe ich aber ich habe keine bronzen wochen mehr oder ne da fehlt es tatsächlich war erz wurde mal hinten den pisten noch irgendwo kupferherz drin bin ich da vielleicht ne ne keine da was wolltest du eigentlich von mir nimm dir was du brauchst tierfälle warte ich achte ich mal noch mal voll tierfälle 26 da mache ich jetzt noch mal getrocknete lila bären bei euch lila bären für hätte das gedacht manchmal 20 stück trocknete lila bären so okay dann erst doch jetzt wunschlos glücklich ne er hat alles zurzeit dann kommt sie ich wollte das machen wir morgen ich bedanke mich heute fürs zuschauen wir sehen uns morgen bis dahin gehabt euch gut und tschüss